hallo meine freunde und herzlich willkommen ich wünsche euch einen super saftig cremig fresh nice geilen tag ich hoffe dass ihr auch genau diesen hattet und auch noch haben werdet man soll den abend ja nicht vor dem morgen loben oder den morgen nicht vor dem abend oder irgendwie so was heute gibt es die pb patch es gab ja im letzten patch super viele und hier auch auf dem pb gibt es insane viele änderungen aktuell gerade ihr seht es schon athrox ja wenn athrox nicht in einem patch mit dabei ist genauso wie reele und akali dann ist es kein richtiger patch ja athrox war einfach schon 20 mal mit dabei diese drei teams einfach komplett in 10 irgendwie werden 100 mal genervt erzählen wahrscheinlich zu den meistgenervtesten champions und in diesem trender 20 pb patch notes sind sogar alle drei wieder dabei das heißt wir fangen mit athrox an wie ihr könnt schon sehen sein hp regen growth pro level ja wie viel hp er regeneriert wird er verdreifacht von 0,05 auf 0,15 das ist schon mal cool und außerdem wird seine base hp regeneration von 5 auf 8 angehoben was heißt das wir regenerieren einfach mehr hp logisch dafür wird allerdings die e gechange und zwar ist es jetzt so dass die e nur noch damage an champions heilung gibt ja das heißt ihr könnt euch nicht mehr an minions hochheilen im endeffekt würde ich das so beurteilen dass es wenn du aggressiv spielen konntest war es natürlich insane geil weil die ganze zeit deine spells in die minions rein böllern konntest du ganze zeit wieder hp regeneriert und dadurch den gegnern noch aggressiver train konntest wenn du aber ja ziemlich hart gepunished wirst ist glaube ich diese änderung besser denn ja wenn du gepunished wirst kommst du überhaupt gar nicht an die minions ran du stehst irgendwie ganz ganz weit weg macht vielleicht immer mal einzelne q und hast aber keine möglichkeit den e-heel zu nutzen und jetzt hast du aber einfach regeneration das heißt du greifst keinen minion an und du heizt dich mehr das ist cool worum es aber wirklich geht ist dass die jetzt keine charges mehr hat das heißt ihr habt immer nur eine aufladung nicht zwei und der cooldown wird extrem gechanged vorher hattet ihr 26 bis 10 jetzt habt ihr neun bis fünf klingt erstmal nach einem super krassen buff ist halt schwierig zu werten was heißt es sind im endeffekt im late game vor allem ja wenn wir das hochrechnen ihr habt statt zehn sekunden pro zwei stecks die haben konnte wenn ihr mal fünf zweimal dann kommt ja auch auf zehn sekunden das problem hierbei ist dass ihr natürlich jetzt die combo ihr konntet innerhalb von sagen wir mal fünf sekunden zwei die e benutzen das geht jetzt nicht mehr weil ihr immer nur eine e zur verfügung habt das heißt eure all in combo ist deutlich schwächer geworden gerade auch in den early game levels aber ihr habt deutlich öfter e zur verfügung was vor allem dann im buff ist wenn der fight extrem lange geht ja wenn ihr also ne im late game so ad hoc ist ja bekannt dafür dass er wirklich wirklich lange überlebt dann habt ihr e e e und dann ab diesen zeiten e müsst ihr nur fünf sekunden warten wo ihr vorher immer zehn sekunden warten musste naja ich denke es ist ich weiß nicht was es ist man muss mal sehen was ist ich denke es ist ein nerf aber es könnte halt auch in einem late game echt buffen wobei das ja nicht unbedingt seine stärkste phase ist gerade im early und mid game ist er ja sehr sehr eklig weiter geht es mit akali meiner meinung nach wurde diese frau gelöscht akali schwieriger champion grundsätzlich was erstmal gemacht wird ist ihr hier wird komplett removed und ich finde ich habe jetzt in letzter zeit ein bisschen akali gespielt der hiel ist komplett essentiell auf akali denn ihr early game ist komplett bad also stopp man kann mit akali extrem viele gegner killen und zerstören ja versteht mich nicht falsch aber wenn ihr gegen den gegner spielt der euch a countert oder b sehr gut spielt und nicht braindead ist dann hat man mit akali echt harte probleme und ich denke da sind die leute auf meiner seite denn die meisten spielen fleet footwork auf akali einfach damit sie im early game nicht stirbt ja viele sparen das wirklich also es ist eine der meistgespielte rune auf akali und jetzt wird er hier komplett rausgenommen ich kann verstehen hey sie hatten hier der kein mana kostet der nur energie kostet du immer wieder nutzen kannst ich hätte ihn vielleicht einfach verringert ja das heißt entweder man könnte ja okay energie kostet nicht unbedingt höher aber das heißt nimm den base wert runter nimm das scaling runter ich meine das war ja wirklich ein hoher hier mit der zeit gerade wenn du ap bekommen was das hätte man ja ein bisschen entfernen können weiter geht es aber noch denn das war nicht alles und zwar ihre trillage road schützt euch nicht mehr vor tür grundsätzlich finde ich das erstmal schade weil das war eine sehr einzigartige fertigkeit ja dass du unterm tour mit der bubble leute diven konntest naja ich meine klar in dem kit zusammen mit akali macht es das sehr sehr broken und op aber ich finde es halt wirklich schade kann es aber verstehen außerdem wird der cooldown erhöht um zwei sekunden und ich finde mit diesen zwei änderungen nehmen sie halt das was akali ausmacht das mit der ball macht jetzt nicht zwingend aus aber ich fand es war schon etwas sehr sehr cooles sehr einzigartiges und das mit dem hier sehr schwierig ich denke dann hat sie hat ja aktuell eine winrate von 44 prozent klar hier muss man fairerweise sagen sie ist schwer zu spielen hat deswegen eine schlechte winrate aber also spätestens je nach wird sie extrem fakt sein gerade auf der topland die leute die sie auf der topland spielen ohne nie ist sie glaube ich echt kaum spielbar auf der topland aber ihr könnt mich auch gerne eine best eines besseren belehren weiter geht es mit kimmel der hochschock trifft jetzt nur noch champions beziehungsweise ist dann nur noch champions dann also keine monster mehr keine minions mehr das heißt da habt ihr ein bisschen mehr struggle gerade wenn ihr auch in der lane mal in 20 minions reintrainen solltet weiter geht es mit irelia irelia kriegt ebenfalls sehr interessante änderungen hier würde ich eher von change reden sie hat mehr arme und bekommt mehr hp pro level dazu das heißt zehn mehr hp das sind 170 leben das ganz cool und ihre pässe wie war ihre pässe vorher ich möchte ja gerne erklären weil nicht jeder ist irelia main ihr konntet sex sammeln ja genauso wie jetzt nur gibt es jetzt erstmal fünf statt vier stacks was schon mal cool ist einerseits hat aber auch nerf irgendwo und ihr habt pro stack den bekommen hat bonus on hit damage auf den gegnern gemacht und sobald es voll gestackt habt habt ihr habt ihr irgendwie 50 prozent attack speed bekommen jetzt wird es genau umgedreht das heißt ihr bekommt pro stack attack speed dazu und wenn ihr es komplett gestackt hat bekommt ihr on hit damage dazu ja komplett umgedreht grundsätzlich muss man sagen ist das erstmal nerf denn attack speed gerade im early game auf der lane bringt ihr halt relativ wenig ist jetzt nicht ganz so geil klar man kann sagen wenn du dorans blade event hast dann kannst du halt das öfter auslösen wobei es ist vielleicht gar nicht progt on it der match auch live ich glaube nämlich nicht aber im prinzip bringt der text nicht ganz so viel ist nicht so krass gerade so 1 level 1 2 3 4 5 6 wo irelia sehr oppressive ist wenn du es dann hoch gesteckt hast bekommst du folgende werte das heißt ihr bekommt pro level also ab level 1 7 und 13 erstmal fünfte der mensch dann 40 dann 65 und das scaling ist auf 25 prozent bonus ad angehoben worden achtung vorher waren aus 15 prozent das heißt das ist hier schon mal ein buff allerdings ist insgesamt nerf denn ihr kommt mit der alten irelia voll gesteckt auf ähnliche werte gerade im early game hier so auf circa 15 schaden problem hierbei ist allerdings dass ihr aber bevor ihr das voll gesteckt habt musst du jetzt ein stack mehr haben ja ihr könnt mehr stacken aber ihr braucht auch ein stack mehr das ist nicht immer ganz so geil manchmal hat man nicht so viel zeit das durchzustecken und man muss ebenfalls sagen du hast auf level 1 2 3 sagen wir mal 15 damage bei der alten irelia hat das gescaled mit dem level das heißt du hast mit level 1 sagen wir 15 gehabt mit level 2 hast du 17 damage gemacht mit level 3 hast du 19 es ist mit jedem level höher geworden und mit level 6 hast du dann schon 30 damage oder sowas und hier hast du mit level 16 mit level 6 immer noch 15 damage das heißt gerade das early game von level 1 bis level 6 ist schon sehr sehr hart genervt worden muss man einfach mal sagen das late game ist dezent gebucht worden weil ihr natürlich jetzt ein besseres scaling habt muss man sagen und ihr kommt auch insgesamt auf mehr attack speed als vorher habt vorher 50 prozent gehabt jetzt habt ihr fünf mal zwölf prozent das ist auf jeden fall mehr ist also definitiv nicht verkehrt muss man mal sehen wie das ganze wird ich würde das insgesamt trotzdem glaube ich als nerf gerade im early game erst mal bezeichnen im late game ist ein buff und das das ganze auszugleichen kriegt sie auch noch mal ihre w das heißt sie hat jetzt hier zehn prozent mehr scaling drauf nicht scaling das heißt mehr damage reduction ist auf jeden fall cool und ihr damage wird jetzt physical damage statt magical damage das heißt sie profitiert auch von armorpenn falls sie das mal irgendwie bauen sollte ich glaube auf irelia ich habe noch nie armorpenn auf irelia gesehen oder weiß ich nicht naja trotzdem aber vielleicht ja mal ein black cleaver im team dann macht sie ja auch mehr schaden damit ja weiter geht es mit wei hier gibt es auch sehr viele interessante coole änderungen weil es ja ein champion der sehr wenig gespielt wird ihr cooldown auf dem schild wird erstmal verändert und zwar hat das feuer gescaled mit dem level von zwölf auf acht und jetzt ist es immer zwölf grundsätzlich also erstmal nerf achtung dafür ist der schild aber jetzt 15 prozent max life statt zehn prozent und wichtig jetzt wieder ebenfalls buff schild cooldown wird reduziert jedes mal wenn ihr denting blows ja ich denke bei denting immer irgendwie ein zahnarzt oder sowas ne ich meine wenn du die denting blouse ins gesicht kriegst dann brauchst du definitiv auch ein zahnarzt dann wenn du das pockst also das ist die w hat dieses tech drei auto texting dann reduzierst du es um drei sekunden das heißt sobald du einmal das ganze nur prox bist du schon bei neun sekunden was das ganze absolut worth macht vor allem weil es vorher ja erst bei level 18 auf acht sekunden runtergegangen ist ist ein buff auf jeden fall kann man so sagen allein auch weil das schild stärker ist volksbreaker wird ebenfalls gechange ein bisschen genervt muss man sagen das heißt ihr macht weniger damage erst mal so gut auf den ersten blick genervt ihr macht weniger damage 310 hatte die vorher jetzt noch 180 dachte so what the fuck aber achtung vorher die 160 prozent bonus ad jetzt habt ihr 140 prozent total ad total ad ist immer geiler denn da gehen einfach eure base werte rein ja ihr habt am anfang wenn ihr ad ruhen und ad irgendwas kauft habt ihr 60 vielleicht sogar 70 ad und die werden da direkt reingerechnet das heißt ihr habt ihr 20 ad 140 prozent von 70 das sind keine ahnung 100 oder so dann kommt ihr oder vielleicht ein bisschen weniger falls ihr auch ein bisschen weniger ad habt ihr kommt aber grob wieder auf diese 110 ad und der ganz große vorteil bei total ad ist einfach ihr müsst keine ad bauen ne total ad jedes level was ihr kriegt kriegt die ad dazu und das wird reingerechnet bei bonus ad müsst ihr bonus ad kaufen ja logischerweise wenn ihr keine ad kauft dann bleibt eure q kacke jetzt könnt ihr auf tank gehen was geiler ist mit dem schild was jetzt gebuff worden ist und werdet nicht unbedingt zwingend im damage bestraft außerdem macht die q jetzt nicht mehr reduzierten damage an minions und monstern das heißt der jungle clear ist insane gut geworden der müsste jetzt komplett rasieren der war vorher schon nicht schlecht denn ding blows attack speed wurde ebenfalls gebufft um zehn prozent und im early und im late game access force das die e hat jetzt mal mal ein ap ratio von 90 prozent ap weil ich wollte schon akali sagen ap bei ink leute außerdem kann der aoe jetzt krit nicht weiß ja nicht in welche richtung das ganze gehen soll voll ap all in 100 prozent krit akali broken na ich weiß nicht was für akali junge wei ich meine sie sind ja auch relativ ähnlich sind beides frauen ja außerdem ist es jetzt so dass das ad ratio hier allerdings um fünf prozent reduziert wurde ist im prinzip ein nerf weil vor allem eine ap ratio brauchst du jetzt nicht unbedingt und aoe kann kritten ja weiß ich ja nicht naja voll krit full krit ding ja maybe gucken wir mal also da sehe ich mich da sehe ich mich schon mal außerdem geht es weiter mit der ultimate die wird ein bisschen utility lastiger dafür aber damage nerfiger das heißt ihr macht weniger damage habt weniger scaling das tut schon sehr sehr weh 30 prozent weniger scaling und weniger damage allerdings macht das jetzt vollen damage auf alle ziele was ich finde ist eine coole ändung das heißt ich habe sehr sehr oft so geholt dass ich noch richtig zwei drei leute wenn ich dadurch fliege zusätzlich schaden dran mache und das macht jetzt vollen damage außerdem wird die cc duration für diese ziele nämlich auf 0,75 erhöht anstatt 0,25 und die knockback distanz dieser ziele wird noch mal auf 400 erhöht das heißt die fliegen echt weit weg ist ziemlich cool alles in allem echt nette änderung auf weise ich mich komplett ist ein cooler champion dann kommen wir zu den items ja ihr seht ich rusche schon wieder so ein bisschen naja wir no time no waste ja der gute cloak of agility kommt wieder der wurde herausgenommen gibt jetzt 20 prozent krit kostet 800 gold returning item was die ad items angeht das ist ein komplettes revamp leute hier kommt alle alten sachen zurück ja das heißt auch essence river das ding gibt euch wieder attack damage gibt euch cooldown gibt euch krit und refunded man ich glaube der war 1 zu 1 feuer genauso oder ich meine schon naja hat auch nicht mehr diesen effekt drauf von wegen hier attack reduzierungen und so weiter entfernt jetzt baut sich daraus 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 und gibt jetzt wieder kit allerdings 225 prozent statt 200 prozent waren das vorher ich bin übel am überlegen und krit ist ja eh immer das doppelte oder nicht wenn ich das richtig sehe das heißt ihr macht jetzt 25 prozent mehr der menschen mit in feld die etwa 250 prozent oder habe ich das falsch in erinnerung ja auf jeden fall ist es wieder der effekt das heißt grundsätzlich auch ein bar für jazur würde ich sagen es ist nicht mit dieser tool der mit effekt sondern mehr kritiker der mensch auch die attack speed items werden gechange das heißt das ding hier kostet weniger gold ne das teile gibt mir aber penetration gibt ebenfalls mehr ad das ist ein insider bach muss man sagen zehn prozent mehr pen und zehn mehr ad für 150 gold das ist komplett in 10 außerdem lord dominiks regards natürlich regards das wird gebraucht molten edge wird natürlich angepasst bla 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 jetzt geht es weiter mit dem text mit items phantom dancer leute das ding kostet 26 sowie alle anderen attack speed items attack speed wird super hart genervt von 45 prozent das ist was phantom dancer ausgemacht hat für alle die es nicht wissen phantom dancer hat im gegensatz von anderen items nämlich 45 prozent gab die anderen hatten immer nur 30 prozent ja das ist jetzt weg das heißt es ist ein super hat er für jazur ich muss es mal sagen weil hier sehr viel jazur spiele weil gerade attack speed wieder so komplett essentiell ist allerdings hat das ding jetzt auch weniger krit was noch mal ein super hat er für jazur ist und jetzt hat es aber zwei zusätzliche effekte der andere ist weggenommen vorher hattet ihr mehr movement speed wenn einer um euch rum ist und ich glaube zwölf prozent weniger damage jetzt wenn ihr jemand angreift bekommt ihr ghosting das heißt ihr könnt euch mindestens durchlaufen und bekommt sieben prozent movement speed was nicht schlecht ist das ist für tründer mehr in zehn übrigens i guess wobei das alte ja auch genauso gut war bestimmt naja außerdem bekommt ihr jetzt ein lifeline schild das heißt das ist ungefähr der hex trinker nur für phantom dancer mäßigkeit das heißt wenn unter 30 prozent drop bekommt er ein schild was 42 bis 600 damage absorbiert 90 sekunden cooldown zwei sekunden ist muss man mal überlegen aber scheint schon mal nicht schlecht zu sein weiter geht es mit rapid fire cannon kostet wie gesagt auch 26 hat dafür allerdings weniger krit selbes auch bei runans und auch bei bei statics 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 ja statics ist hier unten ebenfalls allerdings sehe ich gerade statics wird sogar das attack speed erhöht um auf 40 prozent attack speed 40 prozent das ist mir vorher nicht aufgefallen und hier das heißt jazurs werden auf statics gehen leute das kann man jetzt schon mal sagen also wahrscheinlich weil das jetzt schon sehr sehr viel wert ist allerdings wird man dadurch die waves klären was meistens nicht so gewollt ist aber ganz am anfang hat man ja so sehr sehr lange auf statics gespielt muss man sagen also ja spiel auf schulden kommt mit dazu ist allerdings nicht der spiel den ich mal euch vorgestellt habe falls ihr euch noch erinnern könnt sondern es ist quasi essence river im prinzip ad hp und cool reduction und ihr habt den essenzry effekt darauf das heißt attack speed und jeder auto tech reduziert den cooldown der anderen spells stormraiser wird übrigens saukomisch gemacht leute ad wird reduziert attack speed wieder reduziert und kosten erhöht die kosten die kosten das ist schon mal erstmal grundsätzlich kacke und der effekt ist schwierig das heißt wenn ihr moving and attacking will make an attack energize ja das heißt es ist wie statics ja ihr ladet euch mit der zeit auf your energy text die ihr 50 bonus magic damage on hit ja das heißt wenn ihr aufgeladen seid macht ihr 50 damage im prinzip ist es wie statics ja aber your energy effects have all the rubla aber also eure aufgeladenen effekte haben plus 30 prozent damage und slowen für 40 prozent decaying über eine sekunde bedeutet das ist ein item was erstmal wenn ihr es rush nicht extrem stark ist aber ihr könnt und das kann man jetzt schon safe sagen das teil mit statics zusammenbauen gerade auf sehr aggressiven champions wie das sehr stark sein gerade wegen diesem slow ihr macht also 30 prozent mehr damage hier drauf und böllert dann dem gegner einen übelst heftigen slow ebenfalls rein es ist außerdem sehr sehr gut zum poken wobei das alte stormraiser wahrscheinlich besser war zum poken muss man mal sehen wie das ganze wird ist ja noch pbe kann sich noch alles ändern damit sind wir auch durch leute sind viele viele knackige ändungen dabei gewesen ich denke arctic carry mains können sich freuen weil mains können sich ebenfalls freuen irelia also bei irelia kann ich noch nicht wirklich ein nerf ich glaube das ist sogar actually ein buff würde ich sagen ich glaube ich sehe weil ob du jetzt also ja muss man mal gucken wie das ganze wird und bei akali ja die ist halt tot leute akali ist tot ihr könnt mir gerne sagen was euch daran gefällt an den ganzen buffs oder nicht ich wünsche euch einen wunderschönen tag meine cam ist leider gerade erst ein bisschen dunkel aber ich wünsche euch einen wunderschönen tag haut rein auf wiedersehen und tschüss